Ich nehm am Stück auf und ihr seht das nur täglich. Nein, 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 nein. Also, beim letzten Mal waren wir bei der wundervolle Strecke mit dem Namen Rennbildel Könige Ritter. Und jetzt fahren wir auf einer meiner Lieblingsstrecken, den Eisplanetenpfad. Jetzt hab ich hier auch endlich mal Zeit, die Namen vorzulesen. Ach, wunderherrlich. Also jetzt am Ende wisst ihr auch endlich, wie die ganzen Streckennamen heißen. Wie die Strecken heißen. Und... Ich versteh's nicht. Vorhin, bei dem Uga Uga-Dings-Dawunster, hat das super funktioniert mit dem Turbostart. Ah, eins, zwei. Ich merke, wie die Kraft stärker wächst. Ich merke, wer sie größer wird. Die Macht von Träschkall... ...muss warten... ...auf einen einzelnen... ...buost, da ist er. Die habe ich die Macht! Aber... ...b-b-b-b-b-b... Da kommt man ja wieder super raus. Wozu braucht man die? Es ist doch ein Zeitrennen. Egal, ich habe die Kraft! Ich hätte vielleicht noch etwas warten sollen, aber egal. Zipp. Davor gewogelt. Die Steuerung ist manchmal so träge. So, dann fahren wir hier in die tolle Kurve. Und... Ach, das ist das Miese dabei. Verstehe. Ich werde das doch jetzt nicht ernsthaft verlieren. Nein, werde ich nicht, weil da vorne wird auf jeden Fall noch... zwei... Booty Boots. Kommen. Aber ich hoffe, das wird reichen. Na, komm, 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 komm. ehrlich gesagt ich habe gerade die finger gekreuzt und gedacht ich komme weiter scheiße naja damit ihr zumindest eine erklärung dafür warum ich nicht weitergefahren bin du hast wo die wollten nicht besiegen noch mal spielen ja klar wir wollen das hier ja zu 100 prozent sage ich mal schaffen und dazu gehört auch hier das zeitrand zu gewinnen mit oder ohne tobostar das ist so ein schnutz piep real verdammt ich hasse das wenn die racer meinen auf den hinteren achsen zu fahren auf der hinteren achse zu fahren das nervt total oder auf zwei rädern egal ab nach vorn ja genau da 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 bei der macht des grünen super turbo stein das war unter umständen nicht so klug hey ja den haben wir von der nicht ausgetauscht das heißt wir stehen jetzt bisschen besser da als gerade so jetzt heilen wir den noch an und nehmen den mit was 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 Boost First Ne Nein, das Was mach ich? Verdammt Nein Nochmal So ein Mist und ich justihe hier grad die ganze Zeit immer wieder mein Mikrofon Die steht ja schon weit da vorne Ich krieg's nicht hin Und ich versteh nicht warum Und ich hab mich vorhin so gefreut Weil ich das doch jetzt endlich machen könnte Aber ne Es soll halt nicht so sein Na 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 Bei der Macht von Grash Ich muss mir ein paar andere Variationen dafür ausdenken Das weiß ich aber zumindest was der Sinn von diesem blauen Nervenstein ist Die Macht Ist es leider nicht Nein Verdammt Egal dann schnappen wir uns den So Da fliegt unser Klon Aber wir haben jetzt eins Zwei Und Wuppen Genau So jetzt sind wir in der dritten und letzten Runde Und Roni Volt ist direkt vor uns So Dann schnappen wir uns den noch Und Spacken total ab Warum Es ist doch nicht mehr Leute Ach so So sheetet die Äh Debris 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 Nochmal Das kann doch nicht sein Dass ich daran jetzt verkacke Go Unglaublich Was Ich sollte mich weniger aufregen Ist besser für den Blutdruck Tada Guten Abend Ich weiß ja nicht zu welcher Tageszeit Ihr euch das immer anschaut Aber Wir haben gerade 21.21 Uhr Ah Ich krieg's nicht gebacken Vor allem weil Der Flugturbo Hier immer so Scheiße ist Und ich kann nur nach rechts Sliden Das nervt Weißt du Die mach ich jetzt auch direkt wieder neu Macht ja keinen Sinn Ah Okay Dieser Part wird wahrscheinlich nur Mit meiner Lieblingsstrecke hier Irgendwas zu tun haben Wie weit vorne die schon wieder ist. Unglaublich. Was für eine Geschwindigkeit die drauf hat. Das ist doch nicht normal. Und die fliegt da jedes... Wieso schafft die das? Und warum ich nicht? Mann. Und ich will einen Turbostart hinkriegen. Bitte. Mir bleibt es total vermehrt. Egal. Dann vertraue ich auf... Die Macht von Gräschgeil. Auf die Macht von Gregi. Möge Gregi mir nicht mit Fraps oder sonstigen Scheiß an die Gurgel gehen. Ich habe die Kraft. Hoffentlich. Oh ja, das war interessant. So, dann können wir das hier direkt nochmal machen. Tschüss. Kommen wir hier aus. Das ist wundervoll. Dann können wir gleich hinten direkt nochmal den Warp machen. Und dann bleiben wir hoffentlich da vorn. Meine Güte. Das wird jetzt schon echt schwieriger. Die Macht! Los! Ab nach vorn! Ah, verdammt! Wie das Slide... Wabubub! Es nervt, wenn man... Ja! Flieg weg! Das ist doch nicht fair. Wo nimmt ihr die Geschwindigkeit her? Die Zeit geht flirten und ich krieg das nicht hin!